Hi Manu, beim letzten Titelgewinn 2014 warst du quasi der Mann des Turniers, hast Deutschland da zum Titel getragen. Steckt so eine Leistung wie 2014 nochmal in dir? Also bist du noch so gut wie 2014? Und kannst du schon verraten, würde es das letzte Turnier sein, das du für die deutsche Nationalmannschaft spielst? Vielen Dank. Ja, das kann ich jetzt noch nicht verraten, aber ich werde mir meine Gedanken auf jeden Fall nach dem Turnier machen. Das Spiel hat sich, glaube ich, jetzt auch ein bisschen verändert. Damals war es so, dass wir auch eine sehr hohe Kette hatten teilweise und ich dann so ein bisschen den Sweeper-Keeper machen musste. Wir haben jetzt auch nichts gegen unsere alten Weltmeister, vielleicht ein bisschen mehr Geschwindigkeit hinten auch. Und ja, deswegen, ich versuche immer mein Spiel einfach unserer Mannschaft anzupassen, mich auf der richtigen Höhe zu bewegen und immer da zu sein und der Mannschaft zu helfen. Amen. Amen.